Ich mache alles so wie zuvor und probiere alles aus, was ich ausprobieren möchte. Willkommen zurück in der neuen Session von educationalen Videos von PESCARE Forum. Hallo, mein Name ist Aisha. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus einem kleinen Village called Monson in der Provinz von PESCARE. Ich bin jetzt in eine sehr interessante Phase von meinem Leben, denn ich werde bald auf meinen eigenen 2-feet gehen und werde ich nach einem Apartment in PESCARE. In meinem neuen Haus, ich muss all die Hausarbeit auf meinem eigenen Housen machen. Die Dämpfe, die Dämpfe, die Dämpfe, die Läden, die Dämpfe und andere, die Routine-Tämpfe. Later I want to work as a beautician, but first I want to get the required education. And I want to have the self-confidence required to take customers' hands and paint their nails, pluck their eyebrows, or to grab a strip of wax and pull it off. I used to wear a different hand, it wasn't as flexible and didn't have a good grip. I'm also a runway model. Since this hand gives me self-confidence, I wear it when I'm modelling too. It feels very different to walking down the runway with my residual limb, like I used to. Ich bin Lina, ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus Straßen. Durch die Prothese und die Amputation lasse ich mich eigentlich gar nicht weiter einschränken in meinem Alltag. Die Amputation hat mich, glaube ich, insofern verändert, dass ich mit vielen Sachen viel geduldiger geworden bin, verständnisvoller und auch die Sachen mehr wertschätze, die mir widerfahren, die gut sind, die schön sind. Das Verhältnis zu meinen Freunden und meiner Familie hat sich auf jeden Fall so verändert, dass wir offener miteinander sind und alle ein bisschen enger zusammengeguckt und unsere Probleme mehr miteinander teilen. An Berlin mag ich alles, was da einfach passiert in der Musik oder Kultur, Theater. Ich arbeite gerne mit verschiedenen und vor allem auch neuen Leuten zusammen, weil mich das sehr inspiriert und mich immer wieder kreativ zum Arbeiten bringt. Momentan arbeite ich an einem Bildband aus meinen eigenen Bildern. Ich kann mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, ohne die Bibionik mit der Funktion durch den Alltag zu gehen, weil es mir vieles, vieles erleichtert. Ich hoffe, dass ihr die Bildungsvideos von BestScare Forum gefallen habt. Also, bitte, wenn ihr eine weitere Frage habt, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr eine Frage habt, schreibt eure Kommentare unter dem gleichen Video oder kontakt uns mit 00971-50911-0216. Mein Name ist Ismail Nuri. Ich werde euch 24 Stunden, 7 Stunden a Woche oder schreibt uns an e-mail mit dem gleichen E-mail, wie Sie sehen auf dem Display. Danke für die E-mail, danke für eure Bedeutung. Danke für diese Video wurden! Wer hätte euch besseres Services an моей Gemeinden und an ihre Patienten, Gott in die Mitte zu dir. Haben Sie gezogen und bis bald! Danke! Vielen Dank.